Und es geht los. So, 3.000 Meter. So, die Moment liegen jetzt. Bei Bestplätzen haben sie schon wieder zusammengefunden. Binden sie einen Zug, um sich von Föld zu trennen. Sarah Scheuer gibt wieder auf, sie will mitfahren, sie will mit aufspringen auf dem Zug. Um aus dem 3er einen 4er zu machen. Sarah sich aber doch an der Schwindigkeit nicht halten. 177 wird ausgenommen aus dem Lauf. So wird die Kürnungsweise wie Ausschein entfüllt. So wird bei uns eigentlich auch jemand rausgekommen. So wird die Kürnungsweise wie bei uns eigentlich auch jemand rausgekommen. So wird die Kürnungsweise wie bei uns eigentlich auch jemand rausgekommen. Und das Rennen ist jetzt vorbei. So, das Rennen ist jetzt vorbei. So ist das Rennen aus dem Lauf. So ist das Rennen. So ist das Rennen. So ist das Rennen. So, es gibt keine Aufnahme mehr, alle die jetzt hier noch auf der Treppe sind, die müssen Sie nehmen und umgefahren, auch die überrundeten Kühlschürfene weiterfahren, aber ich sah auch die Leiter, sie ist nicht draußen aufgehauen, auch die Katharina Siegler-Bücher schreibt innen auch, und vorne, hier für Stempel, Mareike Thun, innen, innen, innen. So, jetzt sind sie noch zwei. Komm, lass uns mal was, hierư? Katja oder Mareike? Mareike oder Katja? Die ist der Zieleinander. So, zum letzten Mal geht sie über den Zielschritt. Heia! Heia! Und dann... Andere, was ging aus. Jetzt macht sie noch mehr Speed, ja. Jetzt ist es vorbei. Nee, nee, noch. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Gut gefahren. Nee, jetzt geht's in Zürich. Äh, ich war mal auf dem 1er. Mareike Tuggewinn für 3.000 Meter. Ziele in Lauf für die 179 Meter. Ziele in Lauf für die 179 Meter. Ziele in Lauf für die 179 Meter. Ich geh schon mal hier rum. Wir müssen hier das vom Rand weg, wir müssen hier noch ein bisschen... Was? Sollt ihr ein Zieleinlauf sein? Ich mischte auch deine Hilfe. Auch noch zwei Roten hier. Ok? Ich bleib da! Ich bleib da! Ich bleib da! Ich bleib da! Nächste Mal sind wir die Archiven und die Junioren Audihon Geherren, die von euch und mein Verlauf Das ist Audihon, wir gehen Hier Das fängt wieder aus dem Regnen Als es noch trocken war Der Hut hat schon recht Der ist so schnell gesprünkt wieder vorne Dann hatte der Archiven und dann kamen die dann nicht mehr ran Also jetzt sollten die Archiven Das ist so schnell Vielen Dank.